Der erste Tag nach der Hitze war ein idealer Tag für eine Wanderung oder für ein Almfest, wie zum Beispiel im Gebiet der Gnadenalm in Obertauern. Mit Musik und Almschmankerl wurden die zahlreichen Gäste verwöhnt. Es ist ein idealer Ort für die ganze Familie, das Almgebiet der Gnadenalm in Obertauern. Man kann gemütlich spazieren gehen oder es dient auch als Ausgangspunkt für ausgedehnte Wanderungen. Einmal im Sommer schließen sich zahlreiche Hütten zusammen und veranstalten ein Almfest mit allem, was dazugehört. Und das angenehme Wetter trägt dazu bei, dass sich unzählige Besucher einfinden. Wir haben das voriges Jahr das erste Mal veranstaltet. Da sind wir acht Hütten rund um den Dom im ganzen Gebiet von der Gnadenalm. Und da haben wir gesagt, wir machen ein Almfest. Und wie wir heute auch schon wieder sehen, das Wetter, da haben wir wieder richtig Glück gehabt. Und es kommt gut an, es sind ein Haufen Leute da und ja, es läuft gut. Bei uns gibt es auf jeder Hütte eine Livemusik. Bei uns zum Beispiel sind die Stürme Spömmischen, nachher spielen die Stattler Musikanten. Dann von der Dauern-Kar-Leuten sind die Heimbuben bis zur Südwiener Hütten. Auf jeder Hütte spielt eine Livemusik. Es geht nur in der Gemeinschaft. Wenn ich heute hinten bleibe, dann traut jeder seine eigene Suppe. Von denen leben wir nicht. Es lebt bei jeder von anderen mit. Nach einer ungefähr 30-minütigen, gemütlichen Wanderung kommt man zu den nächsten Hütten. Jede Hütte hat gesagt, sie bieten etwas Besonderes an. Bei uns ist das Pani-Reiten. Also unsere Dirndl gehen mit den Pani und mit den Kindern ein bisschen um und um und mit den Pani reiten. Obwohl man heute relativ schnell an den entlegensten Orten der Welt sein kann, kehrt man inzwischen immer mehr zum Bodenständigen zurück. Ja, weil wir eine schöne Landschaft bieten, eine gepflegte. Das ist da eine echte Alm, sage ich mal. Da wird gemolken, da sind Viecher da, da sind Senniränder da, da wird der Kass selber gemacht. Also ich glaube, dass das man erkennt, dass die Leute freundlich sind und dass man die Natur wieder zu schätzen weiß. Also ich glaube, das hört man auch jetzt, weil wieder sagt man, man will das Natürliche wieder, das Schöne, das Ursprüngliche, das eigentlich auch nebenbei da ist. Für viele Gäste, aber auch für Einheimische wird das sehr gut angenommen. Die Almer sind interessant, sind sie immer gewesen und jetzt einfach mehr in. Man merkt das, den Leuten, die was bei uns in der Region, ob Gäste oder Einheimische, es gefällt allen. Und das macht die Mischung aus. Es ist nicht so hochgestochen, dann ist es einfach gemütlich zum Sitzen. Die Landschaft ist super und auch jeder genießt. Und etwas Neues ist auf der Gnadenalm im Entstehen. Der Wanderweg Alles Alm. Ebenso neu ist ein Kletterturm mit Rutsche. Und dieses Angebot wird von Familien gerne genutzt. Die Lebensart hier ist ja ganz anders wie bei uns in Franken. Also es ist schon, wir lassen uns da einfach jetzt ein wenig treiben und leiden. Und wo es uns gefällt, bleiben wir sitzen und essen. Und wie gesagt, die Kultur Österreich wollen wir einfach mal die nächsten zehn Tage erleben, wie das so ist. Aber dabei kommen Spiel und Spaß auch nicht zu kurz. Vorne konnten wir einfach runterrutschen und das fand ich einfach schön, weil da hat man auch irgendwie so die Luft, die hat man gespürt und ja, das fand ich gut. Und wir sind jetzt praktisch das erste Mal da, sind gestern angereist und heute schon das volle Erlebnis. Es ist richtig schön, wie im Paradies, können wir weiterempfehlen. Am Almwanderweg findet man acht Stationen mit unterschiedlichen Themen. Hier zum Beispiel wird über Bienen und deren Arbeit berichtet. Oder an anderer Stelle kann man etwas über diesen mehr als 400 Jahre alten Ahornbaum nachlesen. Oder man lässt einfach nur die Seele baumeln. Dieser Tag zeigt wieder einmal deutlich, dass wir in einem der schönsten Bundesländer Österreichs leben.